Ist doch immer dasselbe. Alles nur zwielichtige Gestalten oder Wienerweiter... Ach du meine Fresse. Moment, probier mal irgendwas. Achso, schade, da kommt man gar nicht hin. Mist, sonst wäre ich mal da runtergestiegen. Pechbuch, probier Schlafräume. Ne, ok. Da wird es wahrscheinlich nicht mehr so viel kommen. Wir gehen mal zurück und... oder? Ach, hier ist auch noch was. Dann würde ich mal den Schlüssel abgeben bei dem Bruder. Ich könnte trotzdem wetten, dass da noch mehr kommt. Dass das mit dem Bruder dann noch nicht zu Ende ist, wenn er seinen Schlüssel hat. Oh, Hundi. Hi. Wuff. Lass mich mal vorbei. So. Ok. Gleiches Spiel hier nochmal. Ich wäre auch gesprungen. Ich hätte zwar erstmal die Leiter genommen, aber die letzte Stufe wäre ich gesprungen. Oh, komm schon. So. Und wieder zurück. Kann mir nun nochmal kurz jemand genau sagen, wo sich das Freudenhaus eventuell befindet? Ich will das bloß mal zeigen. Hallo. War ich da am Marktplatz schon richtig oder ist das dann doch eher nochmal woanders? Was? In einem kleinen Separé? Rötlichem Licht? Noch mehr Frauen? Ah, hier sind wir auch nicht wundert. Einen Groschen, Miss Herr. Bitte nur einen. Wunbaracke Grubenerz. Wann wird es der Mechaniker? Das sieht doch gut aus. Ne. Ich glaube, das ist es nicht aus der Apothekari. Oh, das ist getarnt. Klimmerstaubgasse. Hey. Vorian ohne Soge. Ja, das stimmt. Die ist ziemlich verwinkelt, die Unterstadt. Dachte halt direkt am Marktplatz noch irgendwo. Es soll sogar zwei Gildenquestreihen nachgepatcht werden. Okay. Huch. Ja, du kleine Murata. Wir hatten ja auch den kleinen Dolch in der letzten Folge gebestelt. Ah. Ah. Der eben bloß einen Schaden weniger macht. Als diesen anderen Knüppel, den ich immer in der Hand halte. Den Streitkolben. Ah, ich hatte doch noch hier gebratenen Lachs. Können wir auch mal futtern. Ah. Noch mehr Gegner? Ich hab... Ach. Ach, du Scheiße. Alter. Fuck. Oh. Ohohohohohohohohohohohohohoho. Nein. Oh, weiter. Oh. 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 Oh shit! Ich kann das nicht überschneiden wieder. Ah ne, das ist der andere. Meine Fresse. Okay. Dann ist das hier unten eine ganz belastene Gegend oder wie hier wohnt auch mit Sicherheit keiner mehr, wenn hier zwei bei Türen und so eine alte Ratte unterwegs sind. Uh, ne Schmuckschatulle. Amulett der mächtigen Konstitution. Lebensenergie um 17 Punkte gefestigt. Okay. Ring des Turms. Verbessert eure schwere Rüstungsfähigkeit um 17 Punkte. So, aber das Amulett können wir vielleicht anlegen. Ja. Das ist um sieben Punkte besser. Uh, noch ne Eispranke. Juhu. Okay. Ich hoffe das war's erstmal. Waisenhaus. Ui. Waisenhaus. Ui. Da könnten wir durchschwimmen. Also, es sieht mir nicht so aus, als ob es hier zum Freudenhaus geht. Äh, aber das Waisenhaus würde ich mir trotzdem gerne anschauen. Oh, noch ne Truhe. Sehr gut. Warnertrank. So, ab ins Waisenhaus. Oh, Backe. Ich... Ah, ich wollte es gerade sagen. Ich habe es doch gehört. Du. Scheiße. Du. Krunter. Noch einer. Komm schon. Du. 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 Hu. Hu. Okay. Lebensenergie regeneriert sich noch? Ah, okay. Anscheinend wirkt der gebratene Lachs noch den ich gegessen habe. Halt. Noch eins. Puh. Oh, die dürften gut EP bringen. Hm, wie viel fehlt denn noch? Ja, na gut. 2000. Ich bin gerade im Waisenhaus. Na, okay. Ich dürfte mittlerweile auch bei euch angekommen sein. Ach Gottchen. Guck mal an. Mit Schaukelpferd. Ist aber nett gemacht. Kleiner Teddybär. Aha, cool. Eine massive Truhe. Na dann. Mist. Genau. Wollte ich auch gerade fragen, wie lange es gedauert hat, das Spiel durchzuspielen. Ich bin jetzt. Wir sind jetzt. Warte mal. Das sind jetzt irgendwie 7, 8, 9, 50 Folgen oder so. Also ich glaube 20, 25 Stunden. Ha. Okay. Haha. Okay. Ein allgemeiner Seelenstein. Ja. Gefühlt sogar. Zweite Triche. Ein bisschen Geld. Feuersalze. Makellose Amethyst. Ein Stein durch. Zauberbuch. Leben entdecken. Zauberbuch. Magierlicht. Dann 1, 2 mal. Zauberbuch. Schlachtachs beschwören. Und Ungruder vertreiben. Ja. Das ist okay. Ich hör doch schon wieder was. Wieder so einer. Okay. Das ging besser. Dann lieber 3, 4 mal richtig zuhauen. Ah. Der kniet noch. Okay. Keine Rakdolf-Physik. Boah. Zauberbücher nehmen wir mit, wa? Wind. Ein geografischer Überblick. Das haben wir schon. Das haben wir auch gelesen. Ah. Die magischen Disziplin. Entropie. Kenne ich in- und auswendig. Gericht eines unbekannten Reisenden. Band 2. Das nehmen wir mal mit. Und Band 1 auch noch, falls wir das noch nicht haben. Zwischen 30 und 150 Stunden. Oh. Nägel. Gibt auch bestimmt was schönes hier unten im Waisenhaus. Wenn hier so starke Gegner sind. Die schlechte von Arc. Buch 5. Ah. Super. Ja. Bauplan Eisenschwert. Das können wir mitnehmen. Müssten wir schon haben. Können wir ja verkaufen. Oh. Hier. Ein Münzhaufen. 23. Boah. Und der Keller. Ai. Blödes Vieh. Werden doch echt erst aktiv, wenn ich kurz davor schon stehe, ne? Oh, da geht es noch weiter. Da ist noch einer. 150 EP pro. Ok, Lebensenergie füllt sich noch auf, jetzt sehe ich sie rechts oben auch wieder. Dass immer noch der gebratene Lachs aktiv ist. Ah, ein magliches Symbol. 10 von 100. Das dürfte noch ein bisschen dauern bis 2000 Abonnenten. Ach, hier ist der andere Wasserdurchbruch. Da wird man wieder nach außen kommen. Oder halt von draußen nach drinnen. Soll das so sein, ja? Echt? Im Wassereimer eine Lampe. Na gut. So, dann haben wir noch die obere Etage. Mal schauen, ob da nochmal eine Kiste oder auch nochmal so ein Batür ist bestimmt. Also das sind Bilder, die möchte ich eigentlich nicht in einem Waisenhaus haben, oder? Weiß ich nicht, was ich noch streamen werde. Ich wollte das heute bloß erstmal probieren. Scheint ja ganz gut zu klappen. Auch von der Qualität her haut das ja anscheinend hin. Oh, ein Silberamulett. Und keine Ahnung, also ein bisschen Zeit hätten wir sogar noch. Ich muss das zwar alles nachher noch ändern, aber das kann dann auch über Nacht laufen. Oh nein! Na gut. Oh! Ach so, die Karate. So. Komm. Geh weg. So. Das dürfte es jetzt aber gewesen sein. Silbersaphir, Diadem der Magiewand. Boah. Feder. Tintenfass. Schlechter von Buch 4. Nee, Schlechter von Arc Buch 4. So. Das haben wir aber schon. Lähmungsgift. Genesungstrank. Ja. Man kann ja auch ein Haus kaufen. Kann man das selber einrichten? Oder gibt es da Standardeinrichtungen? Oder kann ich hier auch so kleine Sachen kaufen? So was gefällt mir immer. So Nippes. So hier kleine Schiffchen. Oder wie unten die anderen kleinen Drachenstatuen oder so. Aber hier oben gibt es auch schon nichts mehr weiter. Ja. Ich habe gerade leider nicht so viele Spiele auf der Platte. Hm. Ely Dangerous ist noch drauf. Habe ich aber tatsächlich lange jetzt nicht angerührt. Was habe ich noch drauf? Ich weiß es gar nicht. Doch. Ha. Das Need for Speed habe ich noch drauf. Das was letztes Jahr bzw. dies Jahr dann für PC kam. Hm. Ich habe letztens mal so ein paar Spiele runtergeschmissen, die ich zur Zeit gar nicht zocke. Ja. No Man's Sky ist natürlich auch noch da. Na gut. Schade. Häuser kann man nicht einrichten. Na gut. Aber kaufen kann man eins. Sind die sehr teuer? Kannst du mir das noch sagen? Ob die teuer sind die Häuser? Ich war nämlich bis heute noch nicht bei den Leuten, wo man die kaufen kann. Wir haben zwar schon die Quellen. Aber die sind die sehr teuer. Ich habe noch eine Quest dafür. Aber ich weiß nicht wo wir da hin müssen. Na Schätzchen? Oh. Ja. No Man's Sky habe ich drauf. Da gab es heute für No Man's Sky gab es heute ein... Ne nicht heute. Hm. Vor zwei Tagen schon einen neuen Nvidia Treiber. Und dann hatte ich gelesen, dass dadurch die Ruckler deutlich mehr geworden sind. Da dachte ich ja ok. Legst du trotzdem mal runter und probierst es mal. Und... Sagen wir es mal so. Der Treiber selber funktioniert für mich oder für meine Kiste hier sehr gut. Mit dem normalen No Man's Sky. Mit dem experimentellen, was man sich ja auch ein- oder zuschalten kann über die Beta-Funktion des Spiels. Mit dem neuesten Beta-Patch funktioniert nichts mehr. Da geht absolut nichts in dem Spiel. Ich weiß nicht was die in dem Beta-Patch machen. Der war vorher schon nicht so gut. Der erste schon. Der erste Beta-Patch. Dann hatten die irgendwie ein, zwei Tage nochmal einen zweiten Beta-Patch nachgeschoben. Da war es schon schlechter. Und jetzt habe ich das vorhin nochmal mit dem neuen Nvidia Treiber probiert. Ging wirklich bei mir zumindest nichts mehr. Also habe ich wieder zurückgeschalten auf die normale Version. Ohne Beta-Patch. Keine Ahnung was die da fabrizieren gerade. Ich hoffe die kriegen das noch in den Griff. Kommt es mir so ein bisschen vor wie damals oder letztes Jahr war das glaube ich. Bei Ark Survival Evolved. Da war die Performance auch grottenschlecht am Anfang. Das hat es sich ja mittlerweile ganz gut gegeben. Ich hoffe die fixen das. Wir können das noch ein bisschen. Was? Was? Hahahaha! Wo bin ich denn hier rein? Wo bin ich denn hier rein gegangen? Wieso gehe ich denn da rein? Shit. Ich bin schon du kleine Müller! Hahahaha! 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 Ist das diese eine Dieb die in Minutenfliegt eine? Hahahaha! Hahahaha! Ja brennend! Hahahaha! Also Ausdauer alle! Hahahaha! Ja der Bürger ist das! Ja! Fahreke! Oh! Gott sei Dank! Oh da kommt noch einer! Ich muss erstmal einen Genesungstrank reinhauen! Hahahaha! Komm 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 Da, elender Bogenschütze Hat er mich getroffen Gott sei Dank Mach mir hier keine Hoffnung Von wegen man kann den Puff auch kaufen Schön wärs ja Der Wirkler hat nichts dabei Ich bin grad einfach bloß dem Pfeil nachgelatscht Ich hab gar nicht mitgekriegt, dass das gar nicht der Weg ist Wo wir hergekommen sind Ins alte Wasserwerk müssen wir Okay, dann jetzt nochmal Hoffentlich sind die Gegner alle kaputt Dass das bloß die drei gewesen sind Aber das ist ja schön, da haben wir den Wirkler auch erledigt Gesellenbuch, Schlösser knacken Als Pimp in Puff So, jetzt wollte ich ihn schauen Schlösser knacken 25 Kann ich ja mal das Gesellenbuch Mal durchlesen Mh, hier Ach nee Wir sind bei Verbrauchsgegenstände So Stahlschmied Oh, ich hör noch jemanden Ja, das hätte ich an die Ausstelle auch gesagt Ich glaub, da sind noch zwei Ich hab ihm doch gesagt, er soll einfach das Gold raus holen Aber hat er zugehört? Natürlich nicht Immer müssen sie sich wehren Ich muss aber sagen, ich hatte heute auch schon ein paar Probleme bei einigen YouTube Videos Die ich mir angeschaut habe Dass das komischerweise mit dem Abspielen nicht so funktioniert hat wie sonst Also, dass die auch gern mal eine Weile gebraucht haben zum Laden Weiß nicht, was los ist Ob durch das erhöhte Gamescom Video-Hochlade-Phänomen gerade da ein bisschen mehr los ist Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen Weiß nicht Hey AUS DEN Ooooo neun Nein, 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 nein Oh Mist Ho Oh 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 Damit hätte er nicht gerechnet. Mein Fall wieder her. Tja, die Frauen wollten nicht. Dann würde ich mal sagen, lieber widerlich als widerlich. Glimmerstaubrezepte. Nehmen wir mit. Gehört vielleicht sogar noch zu einer Quest. Feinstahlschuhe. Hm. Ich wäge dann immer ab bei solchen Sachen. Gewicht gegen Wert. Wenn das jetzt einen Wert von 200 hätte, würde ich sagen, komm, nehmen wir es mit. Kriegen wir vielleicht noch 50 oder 60 oder 70. Groschen dafür, aber bei 58. Da schleppe ich mich ja nicht ab. Dann lieber gar nicht. Amulett der Leichtfüßigkeit. Schlechter von Arkbuch 2. Der Namlose. Haben wir auch schon. Oh, was sehe ich da? Beutetruhe. Wahnsinn. Drei Truhen. Hier links ist der Tresor. Oder einer der Tresore. Das ist ja Wahnsinn. Die haben ja hier Geld verscharrt ohne Ende. Ich kriege mich kaum wieder ein. Krass. Bestimmt jetzt 50 Groschen gemacht. So. Okay. Dann gehen wir runter. Halt. Wie komme ich denn da rüber? Mist. Kann ich an der Seite lang? Ah. Habe ich doch gesehen. Ein Genesungstrank. Einfach. Ganz wichtig. Ich. Mhm. Ich bin nur zweier Dax. Brennen. Ja. Ich freue mich übrigens auch, dass das Spiel überhaupt so gut mitläuft. Seit dem letzten Patch, der wahrscheinlich mit der englischen Version gleichzeitig jetzt rauskam, bisher keinen Absturz mehr gehabt oder irgendwelche anderen Probleme. Es läuft auch sehr, sehr flüssig, muss ich dazu sagen. Und Eisendolch können wir mitnehmen, Totenhauch auch. Und was wollte ich noch sagen? Ja, und überhaupt, das ist dann auch gleichzeitig mit dem Pfeilsammlung. Alter, Stahlpfeil kostet ja nichts. Das ist halt, auch wenn ich es nebenbei noch streame, das kostet trotzdem immer so ein bisschen Ressourcen und auch FPS oder überhaupt Performance. Aber auch das funktioniert sehr gut. Frostgift. Frostgift. Jetzt weiß ich auch, warum der uns hier durchgeschickt hat. Ist natürlich nicht schlecht. Wir haben den Wirkler gleich mit erledigt. Der hat einfach den kürzesten Weg genommen. ins Adelsviertel und dann wahrscheinlich weiter. Och, das gibt es doch nicht. Das war schon mal so. Da wollten wir hoch in den Sonnentempel und der schickt uns einmal quer durch die Kaserne. Eine CPU ist ein i7 4790k a 4,2 Gigahertz. Und jetzt? Runter. Halt. Lass mal die Waffe wegpacken. Hallo. Einen Groschen, Miss Herr. Bitte nur einen. Okay. Danke. Das ist wirklich sehr großzügig von euch. Ich hoffe ja immer noch, dass man irgendwann vielleicht mal was bekommt, wenn ich hier, weiß ich nicht, 50 Bettlern einen Groschen gegeben habe. Naja. Irgendwann muss man sich halt einfach damit abfinden. Zur Stadtwache sein ist doch auch eher ein lahmer Job, oder? Ich meine, du rennst den ganzen Tag rum, immer wieder durch dieselben Straßen in deiner fetten Rüstung, schwitzt wie so ein Schwein. Und wenn mal was passiert, dann bist du direkt dran. Oh, Gott sei Dank. Hab gedacht, jetzt hängt's. Hey, kennen wir uns schon? Durum, Grenbad? Halt. Wildmagier im Sonnentempel. Dieser Aranteal ist so ungewöhnlich wie sein Hof. Das muss man ihm lassen. Das ist das Kasernviertel hier, ne? Da oben ist irgendwo die Kaserne. Guten Abend. Guten Abend. Schreitet wohl. Schreitet wohl. Man bekommt nichts, wenn ich... Ich hab mir einen Bettler 1000 gegeben. Und er hat immer noch nachgefragt. Hallo, Pascal Meier. Okay. Ich geb dem trotzdem was. Wenn sie mich nicht fragen, kann man ja auch mal in Groschen zücken. Ich muss sagen, in der Realität mach ich das nicht. Wo ist Milbert? Verdammt, das sieht nicht gut aus. Achso, Blut. Ah ja, das seh ich jetzt auch. Den Schlüssel am Marktplatz der Unterstadt finden. Na toll. Milbert ist weg. Ha. Wir müssten mal schlafen. Wie spät ist es denn? 10.41 Uhr. Jedenfalls so im echten Leben gebe ich, wenn die irgendwo rum betteln. Ich finde das immer, wenn du dann hier durch so eine Einkaufsstraße gehst und die sitzen da direkt vorm Laden irgendwo. Also, ich habe einmal, da hat es mich so gestört, aber da komme ich vom Einkaufen bei uns hier aus dem Kaufland raus, wo auch wie hier in der Unterstadt ist.